Wie Männer sind. Alle Männer lieben Eisenbahnen. Da können sie hinkommen, wo sie wollen. Moin zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Gelumpe-Video, in dem ich euch meine Neuzugänge und Basteleien vorstelle. Ich wünsche euch nun gute Unterhaltung mit diesem neuen Film. Ich habe bei vielen alten Wagen ohne NEM-Schacht die Kupplungen gegen Eichhorn-Kupplungen getauscht. Die Arbeit ist ein bisschen frimmelig, aber das Ergebnis spricht für sich. Oftmals reicht es aus, an nur einer Wagenseite die Kupplung zu tauschen. Da bei den Pico N-Wagen die Achsen am Kunststoff schliffen, musste ich zum Dremel greifen und Material wegnehmen. Seitdem laufen sie tadellos. Ein Ebay-Neuzugang, ein Nachkriegs-Rheingold-Zug von Minitricks. Am Zuglaufschild sieht man ganz deutlich, dass er von Amsterdam nach Basel läuft. Die neuen Pico IC-Wagen reihen sich hervorragend in meine vorhandenen Intercity ein. So konnte ich aussortieren und aufstocken und fahre jetzt 13-teilige Intercity 79. Eine verkehrsrote Baureihe 141 von Fleischmann, noch ohne Schnittstelle, fand bei mir ihr neues Heimat-BW. Gegen knarrende Loks bei Minitricks konnte ich auch was unternehmen. Ich habe zwischen Motorhalterung und Motor zwei Pappstreifen gelegt, eingebaut. Dadurch liegt der Motor höher und ihr könnt das Ergebnis deutlich hören. Diese wunderschönen ÖBB-Wagen von Fleischmann fanden ihren Weg in meine Sammlung. Beim Umräumen meiner Vitrinen fand ich noch zwei Loks, die ich schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Zum einen diese 38 von Fleischmann, Jahrzehnte alt, gepimpt, bekam zwei neue Vorläufer, einen Decoder und Bleigewichte und versiegt seither ihren Dienst auf meiner Anlage. Die andere Lok, die unbeachtet in meiner Vitrine stand, war eine E18 von Firma Arnold. Ich hatte sie schon mal digitalisiert, den Decoder aber für eine andere Lok nachher entwendet und seitdem stand sie nur rum. Jetzt habe ich hier einen neuen Decoder spendiert und sie zerriert auch zuverlässig ihre Runden. Ganz frische Neuzugänge sind die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum und die Tiger Trommel, beide von Minitrix. Die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum und die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum und die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum. Die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum und die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum und die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum. Die Baureihe 153 vom Verkehrsmuseum. Die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum und die Baureihe 153 vom Verkehrsmuseum und die Baureihe 152 vom Verkehrsmuseum. Musik 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 Die Schrauben sind die Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das ist heute noch eine gute Idee. Schrauben Sie sich an. Ich habe die Zettel von der Zettel und der Zettel. Sollte Musik 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 Musik